Hallo liebe Sportfanatiker und herzlich willkommen auf unserem Kanal M&M Sports. In diesem Video geht es um die Auslosung der UEFA Champions League Gruppenphase für die Saison 2022-23 und geben unsere Prognosen ab. So und kommen wir gleich mal zur Gruppe A. Ganz spannende Mannschaften, aber für mich ist in dieser Gruppe A ganz klar der Favorit FC Liverpool und Napoli. Aber man darf natürlich Ajax Amsterdam und die Rangers nicht unterschätzen. Die Rangers waren ja letztes Jahr gegen Eintracht Frankfurt im Europa League Finale. Trotzdem sehe ich den FC Liverpool und Napoli weiterkommen. Aber wer auf jeden Fall Außenseiter Schanzen hat, ist auch Ajax Amsterdam. Also für mich ganz klar FC Liverpool und Napoli sind weiter. Und an dritter Stelle sehe ich die Rangers mit ihrem Potenzial glaube ich, dass sie in die Europa League kommen. Ja genau, FC Liverpool natürlich der absolute Favorit in dieser Gruppe. Das ist kein Geheimnis. Auf Platz 2 sehe ich auch Napoli mit ihrer Qualität im Kader. Auf Platz 3 sehe ich Ajax Amsterdam und auf Platz 4 die Rangers. Trotzdem bin ich sehr gespannt auf die Rangers, ob sie den Flow von der letzten Saison mitnehmen können. Und bei Ajax, die ja jetzt einen komplett neuen Kader haben. Einige Schlüsselspieler hat dieser Klub verloren mit Masraui, mit Grafenberg, Alea, der Trainer Den Haag und der Keeper Onana. Daher bin ich wirklich gespannt, wie Ajax mit dem neuen Kader in dieser Saison in der Champions League auftreten wird. So und kommen wir zur Gruppe B. Wie man schon sieht, FC Porto, Athletico Madrid, Bayern 04 Leverkusen und Klub Brügge. Für mich in dieser Gruppe ein ganz klarer Favorit, Athletico Madrid und Bayern 04 Leverkusen. Obwohl man zu Bayern 04 Leverkusen schon sagen muss, dass sie zur Zeit nicht gut in die Saison gestartet sind. Sie sind in der Deutschen Bundesliga vorletzter Platz, haben die letzten drei Spiele alle verloren. Obwohl man vorne im Sturm absolute Granaten hat mit einem Schick und einem Hloschek. Wie gesagt, für mich Bayern 04 Leverkusen und Athletico Madrid die Mannschaften, die aufsteigen werden. Aber Bayern 04 Leverkusen muss das langsam in den Flow kommen. Denn in der Champions League sind ganz andere Kaliber. Ein FC Porto und Klub Brügge können auf alle Fälle überraschen. Und wenn Bayern 04 Leverkusen wieder in die Spur findet, was ich schon glaube, dann werden sie den zweiten Platz gewinnen und auch aufsteigen. Und der dritte Platz geht an FC Porto, ist meine Vermutung, und der vierte an Klub Brügge. Ja, auch für mich in Gruppe B. Athletico Madrid der Favorit, daher sehe ich sie auf Platz 1. Platz 2 wird sehr spannend zwischen Bayern 04 Leverkusen und FC Porto. FC Porto konnte ja in den letzten Jahren fast immer überzeugen in der Champions League. Und für Bayern 04 Leverkusen wird entscheidend sein, ob sie zu alter Stärke finden. Daher wird es ein sehr spannendes Duell zwischen den beiden und Platz 2 werden. Meine Prognose ist, dass FC Porto auf Platz 2 landen wird. Bayern 04 Leverkusen wird in der Europa League spielen und Klub Brügge sehe ich auf Platz 4. So, und kommen wir zur Gruppe C. Ganz spannende Kaliber in dieser Gruppe. Meine Mannschaft, der FC Barcelona, bekommt es wieder mit Top-Mannschaften zu tun, wie der FC Bayern München und Inter Mailand. Viktoria Pilsen sehe ich an letzter Stelle ganz klar. Es wird auch ganz spannend zu sehen sein, wie Robert Lewandowski bei FC Barcelona auftreten wird. Aber für mich ist FC Bayern München ganz klar, dass sie den ersten Platz holen werden und aussteigen werden. FC Barcelona und Inter Mailand werden sich den zweiten Platz auskämpfen. Aber trotzdem glaube ich, dass FC Barcelona mit einer Robert Lewandowski und mit der neuen Mannschaft, die sie jetzt haben, richtig in den Flow finden werden und den zweiten Platz für sich gewinnen werden und aussteigen werden. Für mich Gruppe C ganz klar die attraktivste Gruppe der Champions League Auslosung. Drei absolute Top-Mannschaften. Der FC Bayern trifft wieder mal auf den FC Barcelona, so wie letztes Jahr. Dazu hat sich der Inter Mailand noch dazugesellt. Für mich auch ganz klar der FC Bayern München der Favorit in dieser Gruppe. Daher werden sie auf Platz 1 stehen. Und ich denke, FC Barcelona wird den Platz 2 belegen mit diesem Kader, den sie jetzt in diesem Sommer geholt haben. Und auch für mich wird es ein sehr spannendes Duell zwischen Barcelona und Bayern München werden. Vor allem, da Robert Lewandowski jetzt gegen seinen Ex-Klub spielen wird. Für mich wird Inter Mailand auf Platz 3 sein. Daher werden sie in die Europa League umsteigen und Viktoria Pilsen auf Platz 4. So, und kommen wir zur Gruppe D. Für mich ganz klar in dieser Gruppe Eintracht Frankfurt und Tottenham der Favorit. Eintracht Frankfurt der Europa League Sieger. Trotzdem sehe ich es so, dass Tottenham den ersten Platz belegen wird. Die Eintracht Frankfurt wird, glaube ich, den zweiten Platz belegen. Und an dritter Stelle sehe ich Olympique Marcel. Und an vierter Stelle sehe ich Sporting Lissabon. Gruppe D für mich eine sehr spannende Gruppe. Sehr ausgeglichen, auch wenn keine großen Namen in dieser Gruppe sind. Ich sehe Tottenham auf Platz 1 aufgrund ihres starken, breiten Kaders. Platz 2 wird da schon spannender. Das werden sich die anderen drei Mannschaften unter sich ausmachen. Ich sehe Sporting Lissabon auf Platz 2. Eintracht Frankfurt auf Platz 3. Daher werden sie wieder mal in der Europa League spielen. Vielleicht können sie auch wieder den Titel holen und den verteidigen. Und Olympique Marcel sehe ich auf Platz 4. So, und kommen wir zur Gruppe E. Mit unserem österreichischen Vertreter FC Salzburg. Wirklich starke Kaliber mit einem AC Milan und FC Chelsea. Man muss auch wirklich sagen, dass FC Salzburg zur Zeit sehr viele Spieler abgegeben hat. Jetzt haben sie wieder ganz junge Spieler. Die müssen erst richtig zusammenfinden. Deswegen glaube ich, dass FC Salzburg in diesem Jahr nicht so gut auftreten wird. Sie können auf jeden Fall wieder überraschen. Aber trotzdem glaube ich, dass der AC Milan an erster Stelle wird sein. FC Chelsea an zweiter Stelle. Und FC Salzburg an dritter Stelle. Und ich sehe Dynamo Zagreb an vierter Stelle. In dieser Gruppe sehe ich ganz klar den FC Chelsea auf Platz 1. AC Milan auf Platz 2. Unsere Landsleute den FC Salzburg auf Platz 3. Daher werden sie wieder mal in der Europa League spielen. Sie können nur überraschen. Und Dynamo Zagreb, auch wenn ich finde, diese Mannschaft kann auch sehr überraschen, sehe ich sie auf Platz 4. So, und kommen wir zur Gruppe F. Was soll man zu dieser Gruppe sagen? Real Madrid, ein RB Leipzig, Schachter Donetsch und Celtic. Ganz klar für mich an erster Stelle Real Madrid. Und für mich auch ganz klar der zweite Platz an RB Leipzig. Ich sehe Schachter an vierter Stelle, weil sie jetzt sehr viele Spieler abgegeben haben. Deshalb sehe ich Celtic an dritter Stelle. Und wie gesagt, Schachter an vierter Stelle. Ja, auf diese Gruppe freue ich mich besonders, da ja meine Mannschaft Real Madrid in dieser Gruppe ist. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Real der Favorit ist in dieser Gruppe. Real Madrid hat ja wieder mal Schachter Donetsch zugelost bekommen. Den RB Leipzig sehe ich in dieser Gruppe auf Platz 2. Wird ein sehr spannendes Duell zwischen RB und Real Madrid werden. Ich denke, dass Celtic Lesko den Platz 3 machen wird und Schachter am letzten Platz landen wird. So, und kommen wir zur Gruppe G. Manchester City für mich ganz klar in dieser Gruppe an erster Stelle mit einem Erling Haaland, der ja von Borussia Dortmund gekommen ist. Dieses Duell, wenn Borussia Dortmund gegen Manchester City spielen wird, wird ziemlich spannend zu sehen sein, wie ein Erling Haaland bei Manchester City spielt. Aber wie schon gesagt, ich sehe Manchester City an erster Stelle. Der zweite Platz wird, glaube ich, der FC Sevilla und Borussia Dortmund unter sich ausmachen. Sevilla sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Deswegen sehe ich es so, dass FC Sevilla an zweiter Stelle wird landen, Borussia Dortmund an dritter Stelle und der FC Kopenhagen an vierter Stelle. Ja, für mich Gruppe G eine sehr spannende Gruppe. Platz 1 natürlich geht ganz klar in Manchester City. Platz 2 wird sich der FC Sevilla und der Borussia Dortmund unter sich ausmachen. Meine Prognose ist, Borussia Dortmund wird Platz 2 belegen, Sevilla Platz 3 und der FC Kopenhagen auf Platz 4. So, und kommen wir zur letzten Gruppe, Gruppe H. Man sieht schon in dieser Gruppe die Favoriten, ganz klar Paris Saint-Germain und Juventus Turin. Die zwei werden sich den ersten und zweiten Platz untereinander ausmachen. Und meine Vermutung ist, dass Paris Saint-Germain an erster Stelle landen wird. Wie gesagt, Juventus Turin wird den zweiten Platz besetzen. Und so wie man es schon sieht, ich glaube, dass Benfica an dritter Stelle landen wird und Maccabi Haifa an vierter Stelle. Ja, in dieser Gruppe wird ganz klar Paris Saint-Germain Platz 1 einnehmen. Platz 2 ist für mich nicht ganz klar. Auch wenn, glaube ich, Juventus für Platz 2 der Favorit ist, kann Benfica auch in dieser Gruppe überraschen. Ich schätze Benfica sehr stark ein. Sie konnten ja auch in den letzten Jahren immer wieder überzeugen. Letztendlich glaube ich trotzdem, dass Juventus auf Platz 2 landen wird. Platz 3 wird Benfica einnehmen und Maccabi Haifa auf Platz 4. So, das war es mit unserer Prognose zur UEFA Champions League Auslosung. Ihr könnt uns auch unten in die Kommentare hineinschreiben, was ihr glaubt, wer aufsteigen wird. Das würde uns sehr interessieren. Und hiermit sagt Emmett M-Sports für E-Markt. Ciao und bis zum nächsten Mal.